Die Autos, die Autos, unsere Freunde, die Autos, sie bringen uns fern, wir fahren damit gern, die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos, sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schummern, sie helfen uns viel mit. Die Kappe geht auf und die Milch wird in den Tank gefüllt. Der Milchwagen macht sich wieder auf den Weg. Er hält sich an die Verkehrsregeln, er stoppt an der roten Ampel und fährt erst bei grün weiter. Der gelbe Monster Truck versucht ihn zu überholen. Was er macht, ist gefährlich. Wahrscheinlich hat er es eilig. Oh je, der Monster Truck hat den Milchwagen angefahren und den Tank beschädigt. Die Milch läuft auf die Straße. Eine Pfütze aus Milch. Der Milchwagen muss schnell in die Werkstatt. Rein mit dir. Aha, das Cabrio wurde auch repariert. Auweia, es schlittert auf der nassen Straße umher. Es ist von der Straße gerutscht. Das Kätzchen hat die Milch gerochen. Und will nachschauen, was da los ist. Es schlägt die Milch vom Rad. Und die Milch auf der Straße schlägt es auch auf. Das ist gar nicht gut. Wir müssen was unternehmen. Der Abschleppwagen, die Kehrmaschine und das Polizeiauto fahren aus den Garagen der Helferautos raus. Sie machen sich auf den Weg zum Unfallort. Das Polizeiauto stellt an der Unfallstelle Leitkegel auf. Die Kehrmaschine fängt auch gleich damit an, die Straße sauber zu machen. In der Werkstatt wurde eine kleine Metallplatte auf dem Tank genietet. Jetzt kann die Milch nicht mehr auslaufen. Der Krallenbagger schnappt sich einen Pinsel und haucht ihn in weiße Farbe. Der Milchwagen ist so gut wie neu. Von dem Loch ist nichts mehr zu sehen. Aha, da haben wir den Monster Truck. Er ist wieder leichtsinnig gewesen. Und hat einen Unfall verursacht. Der Abschleppwagen bringt ihn in die Werkstatt. Weißt du, wo der Milchwagen hinfährt? Ja genau, auf dem Bauernhof, um Milch zu holen. Wir füllen den Tank mit Milch und machen die Klappe wieder zu. Die Milch läuft nicht mehr aus. Gut gemacht, Helferautos. Jetzt könnt ihr euch ausruhen. Helferautos bis heute Morgen auf den alt war, dauern und hoch 30, Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns erst, copiaj um Haus für slapp. Wenn Toyota Holzfline. Moin fall Kick coloca Fields und bei der neue herein leurs Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.